Guten Abend, ein schneller Tagesrückblick vom Hauptplatz in Linz heute. Ich bin jetzt nämlich an der Donau angelangt und hatte eine sehr anstrengende, aber auch sehr, sehr schöne Strecke. Einmal von Chesky-Krumlov irgendwie durch das Kerngebiet durch. Relativ viele Berge, aber entsprechend schön. Ich habe das auch alles gut verkraftet, also ich scheine wirklich wieder richtig fit zu sein. In Linz war besonders schön, dass Jakob, mein langjähriger Mitbewohner und Freund, mich hier besucht hat. Er wohnt mittlerweile in München, mit dem Zug hergefahren ist und wir uns hier sehr gut unterhalten konnten und beim Bierchen an der Donau saßen. Ja, und ich werde jetzt, nachdem ich mir noch mal ein bisschen die Stadt angeguckt habe, wieder zurück zum Zeltplatz fahren und morgen dann den Donauradweg weiter Richtung Wien. Vielen Dank. Vielen Dank.